Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Alan Wake. Ja, wir haben keine Waffe, wir haben keine Taschenlampe, aber dafür haben wir da vorne Dinge, die uns töten möchten. Das ist ein Kompromiss, oder? So. Aha, da hinten haben wir noch eine Kaffeekanne. Aber wollen wir wetten, die werden gleich alle... ...aus irgendeinem mir bislang noch unerfindlichen Grund auf mich zukommen und... Diese scheiß Dunkelheit meint es echt ernst gerade. Ach ja, kommt. Boah. Jetzt schmeißen sie auch noch mit Steinen nach mir. Ach, Mann. Hehehe. Kontrollpunkt erreicht, ja Gott sei Dank. Ich geh jetzt erst hier hinten reingucken, was da ist. Bevor ich irgendwo anders hingehe. Gott, nix. So wie es aussieht. Dann gehen wir mal hier hoch. Ah, wie ich solche Passagen liebe. So mit absolut gar nichts. Ich fühl mich nackt. Keine Waffe, kein Licht. Ach, Mann. Dafür aber Manuskriptseiten. Hey, du kannst diese leuchtenden Seiten da nachwerfen. Nightingale verhaftet Rägen. The man was sleeping off one hell of a night. Nightingale felt his stab of envy, Wake's oblivion. But he had a job to do. He put the gun to Wake's head and almost became a murderer. His hand shook and his throat felt tight and dry. Biting his teeth, he tried again to pull the trigger. He lost the nerve. Wake stirred. Nightingale would have to settle for an arrest. I hope there will still be a working generator somewhere around here, to power up the lights by the gate. Einmal einen kurzen Augenblick nicht aufgepasst und schon klatscht man da runter. Erstmal hier reingehen, dass ich kurz geheilt werde. Was ich gerade nicht werde. Und jetzt? Da dran drehen? Ah. Super. Okay. Dumb. Deswegen nehme ich ja die Taschenlampe mit. Was sind wir denn da? Just no one in the dark. Ja, ihr könnt euch auch wirklich mittlerweile mal einen anderen Spruch ausdenken, weil der ist alt. Oh, ich liebe euch auch. Gehen wir erstmal hier gucken. Liegt hier was? Nö. So. Blendgranaten oder so. Oh. Ja, natürlich. Ja, 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 ja. Komm. Alan. 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 Gut. Lassen wir halt den Checkpoint mal links liegen. Und nehmen lieber den da vorne. Oh. Ich weiß, ich habe da vorne Batterien liegen lassen. Alan. Was soll ich dazu noch sagen? Was soll ich dazu noch sagen? Das passt niemals von der Zeit. Lauf einfach weiter. Lauf einfach weiter. Lauf. Lauf, Alan. Lauf. Komm. Aha. Die werfen auch zu gut. Meine Fresse. Nein, das bringt so nix. Was ist denn jetzt los? Komm. Lauf. 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 Lauf doch. Alan. Junge. Oh. Die. Das. Mann. Ne. Nein, ich gehe da jetzt nicht mehr hin zurück. Ich will jetzt da nicht mehr hin. Ein Auto, der weg von der Farbe, um in die gleiche Richtung zu gehen, wie ich war. Für alles, was ich wusste, war es Barry. Er hat in den Konsequenzen, der lehnt sich vor, zu schauen. Äh. Irgendwie glaube ich nicht, dass das Barry ist. Und selbst wenn... Pff. What the fuck? Er hat ein Auto geklaut. Und das. Oh, eine größere Taschenlampe. Ja, super. Das heißt, ich bin jetzt noch länger so unterwegs. Toll. Hier sonst noch was. Zelt? Vielleicht eine... Granate oder so? Nee. Keine Granaten im Zelt. Was liegt denn da? Die kleine Taschenlampe. Äh. Super. Das Auto ging nach vorne. Es war nicht weit. Wenn es Barry war, würde ich bald die Schaden sehen. Hä? Was für ein Schaden. So. Ah, ich werde das jetzt wieder ein klein bisschen langsamer machen. Ich habe mir nicht das Gefühl, die Batterien brauchen wir wirklich noch alle. Bis ich gleich wieder hoffnungslos in Panik gerate. Oh. Ah, ist das hell. Ich habe mir versucht, dass ich jede Seite zu dem richtigen Zeit und Platz verbreiten kann. Ich habe versucht, euch zu zeigen, wie die Geschichte geht. Aha. Ich habe Glimpsen von der Lichter gesehen. Ich habe es in meinem Traum gesehen. Es war ein strange Spaceman oder ein Diver in einem bulkyen Suit. Er war derjenige, der die die Schaden auf meinem Weg gelegt hat. Äh, ist das etwa dieser Thomas Zane? Kann das sein? Würde noch Sinn machen, oder? Äh, die Vergrößerung des Dunkels. Ja, super. Ah, da vorne liegen wieder Bärenfallen rum. Auch toll. Das ist jetzt ganz genau das, was ich noch gebraucht habe. Ach. Ey, die habe ich echt nicht gesehen. Die hat auch nicht geblinkt, glaube ich. Komm, gib Gas. Lauf einfach. Alan, lauf einfach. Natürlich geht das Licht aus. Ah. Danke. Vielen Dank. Ich liebe Licht. Ab heute ist hier Licht und ich. Wir sind so. Wir sind ganz dicke. Wir sind richtige Buddies seit heute. Ah, die Patienten fliehen aus dem Zimmer. Wie viele Seiten habe ich denn schon? Wie? Okay. Okay. Ach, die beiden alten. Wir haben einen, die haben. Wir haben eine Schuss hinter. Jetzt hatte ich eine Kampfschluss, um die Fahne zu erreichen. Yeah. Aber dass ich schon so viele Seiten gefunden habe, das finde ich jetzt, ehrlich gesagt, ein bisschen komisch. Das ist ein ganz einfacher Grund. Und entweder finde ich plötzlich dann überhaupt keine mehr für sehr, sehr lange Zeit. Oder keine Ahnung. Das Kapitel ist gleich schon zu Ende. Was ich nicht glaube. Boah, es hat ja erst angefangen. Das wäre ein bisschen cheap, wenn das dann direkt schon wieder zu Ende wäre. Gut, dafür war... Oh, ich sollte echt auf den Boden gucken. Dafür war halt Kapitel 3 ein bisschen länger. Ja, klar. Na, komm, du auch noch. Wunderbar. Ich gehe jetzt mal spontan nicht davon aus, dass die diese Fallen auslösen können. In your face! Oh. Alter. Oder ist das hier auch wieder so eine Stelle, wo ich einfach mal durchrennen sollte, weil die hier unendlich kommen? Das sah mir nämlich gerade schon mehr oder weniger danach aus. Boah, hey. Alles voll mit Bären fallen hier. Licht, 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 Licht. Schnauze. Boah. Genau im richtigen Moment auf Sprinten gedrückt. Hier wollen wir doch jetzt gerade irgendwas mit R. Fokussieren. Ich konnte das Auto sehen. Aha. Aber es gab keine Sicht der Fahrer. Was? Wen interessiert der Fahrer? Hallo? Da steht ein Auto, Alan. Was ist im Weg? Hallo? Ist jemand hier? Barry. Das von oben. Ich bin sorry. Okay. Hm. Geh ich mal gucken, oder? Oder? Kam es aus dem Keller? Nein, aus dem Keller kam es diesmal nicht. Gehen wir mal hier hochschauen. Da ich auch unheimlich das Bedürfnis danach habe, jetzt rauszufinden, was hier abgeht in diesem Haus. Ja. Blut. Oh. Ich weiß, du. Du warst am Tag in der Nähe. Du hast eher gesoffen, würde ich sagen. Wie realen, bad, follow-up zu einem realen, guten Film. Best friends. Suddenly, bad guy. Who wrote this crap. Anyway. Kann ich jetzt gehen? Gut. Auch natürlich ist jetzt die andere Tür offen. Okay. Na, klasse. Super, Alan. Das hast du echt gut hingekriegt, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, 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 ja. Äh, mittlerweile nimmt es Alan echt mit Humor. Ja, und? Geh mal da durch. Du musst jetzt erstmal hier diese Manuskriptseite aufheben. Äh, Hartman denkt über Mott und Wake nach. Für einen Moment hat Hartman den Idioten angeschaut. Mott war schmerzartig, aber schnell manipuliert. Ein emotionaler Kind, der für seine Verkaufung lebte. Wake nach Contrast war ein viel schwieriges Thema. Mott hat ihm zu viel Leiche gegeben. In zwei Tagen, wer wusste, was könnte passieren. Hartman hätte er einen Weg finden, um ihn in zu regnen. Und schnell. Okay. Okay. Hm. Eigentlich hab ich Hunger. Wollen wir mal ein bisschen was grillen, Alan? Ja. Ja. Fenster hörst auf, da rumzuknirschen. Äh, okay. Scheint jetzt spontan mal nicht so zu sein, dass hier noch irgendwas rumliegt. Ah, verstehe. Ein Klo. Wo geht's hier lang? Wenn Barry nicht hier war, war er wahrscheinlich in der Farnung. Für einen Moment fühlte ich schlecht, dass er ihn schuldig fühlt. Nach allem habe ich es mir selbst gemacht, aber Barry war Barry. Das werden wir in der nächsten Folge sehen, was dort unten bei dieser Farn alles abgeht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.